Hallo, ich bin's, der Koffer der NH Hotels. Keine Angst haben, ich kann einfach nur sprechen. Ich finde das super cool, ein schönes Erlebnis, so etwas mit meinen Kollegen machen zu können. Und wir freuen uns über das Foto. Dankeschön. Dann bin ich auf den Kopf. Hallo, du gar nicht da. Wie geht euch heute auf? Vielen Dank.